Moin oder und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA Online Und wie ihr hier gerade im Hintergrund seht, gibt es ein neues Fahrzeug im Casino zu gewinnen Und ich würde mal sagen, wir versuchen das jetzt mal in diesem Video zu gewinnen, also bleibt dran So, zuerst holen wir uns jetzt mal hier wieder unseren täglichen Besucherbonus ab Ne, so, ähm, ups, warum macht der das, ähm, ah ok, muss ich mit dem Dings machen, stimmt So, ähm, Besucherbonus abgeholt und dann kaufen wir uns natürlich nochmal ein paar Gitans Obwohl, wir haben eigentlich schon fast eine Million Gitans, deswegen, äh, bis es Lust ist, aber gut Dass wir auch die Millionen voll haben So, hier, eine Million Gitans haben wir jetzt Und dann gehen wir mal zum Glücksrad, äh, ich denke jetzt mal nicht, dass wir das Auf Anheb gewinnen, wäre natürlich jetzt echt ein cooler Zufall Ähm, und drücken wir mal Komm, 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 komm Freuen wir uns natürlich auch nicht über die anderen Sachen, aber das Auto wäre jetzt cool Wenn nicht, kaufen wir uns das eben einfach mal Okay, wir bekommen Kleidung Hm, türkiser Manor-Pullover Okay, gut, ähm, dadurch, dass wir das Auto jetzt nicht gewonnen haben, kaufen wir uns das jetzt eben Das ist so eine Art, ähm, ein Lamborghini Gallardo Ähm, oh, da hat gerade einer in den Chat geschrieben Irgendwie Waffel Cool, cool So, dafür gehen wir auf Legendary Motorsports Und, ähm, suchen wir mal kurz nach dem Auto Oder kann man das nicht kaufen Pfff, das wäre jetzt natürlich belastend Ne, das ist der doch, oder? Das ist der doch, oder? Ich glaube schon Wir nehmen den einfach mal in Welche Farbe nehmen wir? Wir nehmen einfach mal hier so orange Ja, den orange sieht ja scheiße aus Ich nehme mal in weiß so Passt Äh, 4 haben wir in Garage 2 lassen wir mal liefern Kauf ausstehend Okay Dann würde ich mal sagen Gehen wir mal schnell in den Mace Bank Tower Äh, hups So, einmal raus hier So, Antwort nehmen wir einen nochmal kurz aus der Lobby hier Äh, hallo Hi, Kleinversuchser Und, äh Machen wir uns dann mal mit dem Oppressor Auf den Weg Zum Unserem Mace Bank Garagen-Dings Oder wir fahren vielleicht nicht den Oppressor Sondern, ähm Ähm Ich komme vielleicht Doch Mit dem Oppressor Ah, mein Oppressor ist weg Wo ist der Äh Versicherung Nämlich da draußen Ist anscheinend irgendwas Ich soll da mal rauskommen Ähm Also Da könnte es wahrscheinlich sein Dass da gleich was Oben die Ohren uns fliegt Äh Uuuuh Alle, das leckt hier mal richtig Was haben die hier angestellt Alle, was haben die hier gemacht Oh lol Ah, wie geil Oh ja Ich glaube, äh Wir machen doch was anderes Das Auto verschieben wir auf Nächste Folge Jawohl Wir machen eine kleine Fahrt hier Ähm Oh mein Gott Ähm Ich hab Ich wollte eigentlich mal Ähm Vor kurzem Das mal streamen Und Äh Ich war einfach mal so online In der An einem Abend Und Und dann gab es eben Quasi Ein paar Leute Die Eine Bustour gemacht haben Ähm Mit Rundflug Über die ganze Map In einem Privatjet Das war eine mega geile Aktion Und ähm Ich glaube der kleine Fussel Der war da auch dabei Und äh Weil es auch der gleiche Bus war Deswegen habe ich es gerade erkannt Also ich guck mal jetzt Ich hoffe jetzt mal Dass jetzt Sie vielleicht irgendwas machen Ich warte jetzt einfach mal Ich bin jetzt einfach mal gespannt Äh Eigentlich war ein Oppresser Warte jetzt Okay Ja gut Also jetzt zerstört er mit meinem Oppresser Irgendwelche Leute anscheinend Warte mal Pass auf den Bus auf Ja Versuche Es Gut Dann passen wir mal Auf den Bus auf So Okay Es geht jetzt anscheinend Ein bisschen los Also beziehungsweise Ich soll gerade den Ähm Ich soll gerade den Dings mal abholen Ähm Jetzt möchte ich nur gucken Wo der ist Ich soll das Ich kann so ne 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 Kein Versuch Nein! Pegasus, Pegasus holt das Fahrzeug ab, also den Bus, okay ich hol dann mal schnell mal ein Auto, hol ich den Dings erstmal ab und dann, ähm, Alter es leckt hier auf diesem Server, meine Güte, so schlimm war es ja noch nie, was liegt das dann bitte? Jo, sind das alle! Uuuu fuck! Ähm, das sollte eine Abgehützung sein, so jetzt hol ich den erstmal ab Oh lol, äh, äh, das war jetzt doof, ähm, ich glaube... Okay, das war's dann mit dem Auto, mit dem Abholen, da rufen wir die Versicherung an, wa? So, sonst hat den aber, geht der, wird jetzt getötet? War vollkommen, äh, yep! Ich komme schon! So, heute mal eine, ähm, coole Folge, also, äh, der Typ der ist auch echt korrekt, ähm, mit dem ich da grad rumlaufe, ganz zwar nicht persönlich, hab ihn aber durchs Spiel kennengelernt, äh, dann renne ich dem, dem guten mal hinterher, könnte vielleicht jetzt ne längere Folge werden, ich werd vielleicht wahrscheinlich wieder einiges rausschneiden, ähm, Bus ist Gru, Abfahrt, Junge! Cool! Okay, das macht, das ist doch mal ne coole Folge, das macht doch mal Spaß! So, jetzt wollte ich aber, ähm, ah, da ist der Bus! Achja, das sind so die schönen Momente in GTA! Wo man einfach mal so mit ein paar anderen, irgendwie, ein bisschen Blödsinn macht, und, äh, das dann ne geile Aktion wird! Äh, das sieht so episch aus! Man fährt ja immer zu ein paar Leuten, okay, das sind nicht so viele, aber, in einem Bus, als Reisegruppe durch die Stadt, im Sonnenuntergang, nice, Allah! Nice, nice, nice! Das ist unser Fahrerfälle, das lieb! Handy weg am Steuer! So, erstmal abschicken! Aber immer schön, Handy weg am Steuer, denn sonst kann's Unfälle geben, ja? Seid immer aufmerksam im Verkehr! So, wie wollen wir denn da überhaupt grad abholen? Ich hab da nämlich jetzt grad niemand gesehen, auf der Karte! Ich glaub, der ist auf Karte! Okay, dann haben wir keinen neuen Mitfahrer! Derzeit sind wir zur dritte auf unserer kleinen Busrundtour! Ja, wir waren einmal auf Bustour gewesen! Wir waren über klein, glaub ich, waren über 10 Leute, glaub ich, die, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich 16 Leute, ähm, waren, die dabei sind! Ich hab auf jeden Fall ein Selfie gemacht, mit, äh, etlichen, die da noch am Ende dabei waren! Ähm, kann ich euch vielleicht mal einblenden, wenn ich's finde! Ähm... Hoffentlich kommen hier noch ein paar mehr Leute rein, dann... Die Lobby ist leider wirklich nicht grade sehr voll, wir sind hier zu... Drei, vier, sieben Leute! Wenn alle die sieben Leute hier in den Bus kämen, das wär geil! Das wär ne geile Aktion, ne? In unserer... ...little... ...Rocketschip... ...I have to work, sorry! Ehhh... ...Mama, schau, das sind so Spielverderber, ne? Alla, ich hab 10.000 Euro gekriegt, dafür, dass ich Mitarbeiter bei dem bin! What the fuck? Der ist aber großzügig, Alter! Abfahrt! Kann ich hier rausschließen? Jawohl, Gefechts-MG! Puta muss los! Mann, Alter! Der Typ! Da ist aber auch nicht was Spaßes, oder? Sollen wir den jetzt handen, oder was? Der holt uns das wahrscheinlich gleich vom Himmel, ne? Nice, Alla! Okay, dann machen wir diesmal eine Boots-Tour, yay! Oh, so eine Boots-Tour mit anderen Leuten, das ist auch was Geiles, ne? Hier sollte meine Yacht eigentlich ausstehen. Aber die haben sich letztes Zeichen gestellt, weil hier anscheinend alles voll war. Okay! Schade auf jeden Fall! So, jetzt fahren wir wahrscheinlich Richtung, ähm... ...Boot von dem anderen CEO. So! Wie es da aussieht, genau hier! Von kleinen Fussel! Okay! Kann ich hier noch so ein zweites Boot kaufen? Mhm! Ah, das ist auch die große, die Aquarius, ja! Dann könnte ich nämlich auch noch die kleine kaufen! Ah! Geil, dann gehst du hier hoch! So! Coolala, so! Pool-Party! So, setzen wir uns hier mal hin! Im schönen Pool! Pool auf dem Schiff! Hä, das ist geil! So, was macht denn der Schiffseigentümer da unten eigentlich gerade? Warte! Jawoll! Hehe! Psss! Geil, das kam hier! Okay! Ah! Ich darf das nicht zeigen! Ich bin auf YouTube! Ah! Ah! Scheiße! See! Ich bin da nur hier hoch! Komm! Nein! Nicht tauchen! Nein, nicht tauchen Ich möchte doch nur auf dieses blöde Spur drauf Nein Nein, komm drauf Nein, warum bin ich nur runtergegangen Komm drauf Jawohl, ich bin drauf Ich dachte, der Pferd ist gerade los Oh, Helikopter Jawohl Komm rein Äh, geh rein So, komm Wechsel in die Ego-Perspektive, um Champagner zu trinken Ja, das machen wir doch jetzt mal Und gönnen uns jetzt hier erstmal einen guten Champagner Hoffentlich schwappt der jetzt nicht aus Aber nein, der fliegt gut hier Oh, der Champagner, der schmeckt ja Äh, wären wir gerade abgeschossen Oh, ne, wir werden nicht abgeschossen Cool Tschüss Und springen Ah, falsch im Öffnen Aua Mist Ich bin's tot Ui, Achterbahn fahren Ah, ich brenne Ah, ah, ah Au, 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 au Regen, bitte löchle mich Nein, Alter Fahr doch nicht ohne mich Ey Ich will aber Achterbahn fahren Wie kostet Geld Ja Oh, in Rollercoaster Abfahrt Los geht's Ui, ja Huhu Hu, hui Hi, hi, hu, hu Hui Hui Oh Gleich jetzt runter Yay Hui Kannst du ein, äh, Ego-Postruktiv machen? Hui Ja Oh, achter aus dem Weg Tschüssi Sorry Hui Macht so viel Spaß, dass sogar Leute für uns sterben Hui Pssst Juhu Ja Juhu Oh, war's schon vorbei Und das Ganze hat 10 Dollar jetzt gekostet Drüger Verein hier, ja Uh, meine Tagestahl Wir haben 32.000 liegen im Tresor Beim Nachtclub Weiß, Alter Cool Gut, dann würde ich mal sagen Ähm Oh, ich bin bei Müll geladet Hihi So, dann würde ich jetzt mal wahrscheinlich sagen Ähm Dass es das schon fast von der Folge war Und, ähm Wir sehen uns dann Zu einer weiteren Folge wieder Also, in der nächsten Folge werden wir da auf jeden Fall das Auto anschauen Jo Bis dann Macht's gut Auf dem Wasser Ciao, ciao Put 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 Add Put 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 ,